Fakt ist sogar, dass eine Aqida, die nicht dazu führt, die keine Handlungen, keine Dynamik in Folge hat in deinem Leben, die keinen Einfluss auf dein Tun und Lassen hat, da kann man gar nicht von einer entschlossenen Aqida sprechen. Da muss es Lücken geben, es muss da Lücken geben. Deswegen die Aussage, die manche heutzutage tätigen, wenn man etwas derartige Themen anspricht, besonders über das äußerliche Handeln, ich meine mit äußerlichem Handeln nicht nur das, was Leute darunter verstehen, wir stehen unter äußerlichem Handeln, Bart und Juba. Das meine ich nicht, ich meine das äußerliche Ausleben der Religion mit deinem ganzen Körper, alle möglichen Handlungen, die mit dem Körper ja nie bewerkstelligt werden. Wenn man das anspricht, sagen sie oft, ihr kennt, habt das bestimmt schon mal gehört, das Herz muss gut sein. Solange das Herz gut ist, ist alles gut. Diese Aussage ist aber fatal falsch. Und diese Aussage impliziert eigentlich einen ganz offensichtlichen radikalen Widerspruch zur Aqida der Ahl-i-Sunnah. Das ist eine Sache der Aqida. Diese Aussage hat Auswirkungen auf die Aqida. Und abgesehen davon hat die Aqida beiseite gelassen. Sie widerspricht auch den offensichtlichen Texten des Koran des Sunnah, die jeder einfache Mensch verstehen kann. Man muss ja keine große Ausbildung dafür haben, um diese Texte zu verstehen. Im Hadith von Abu Huraira, der beim Muslim überliefert wird, darin sagt der Prophet sallallahu alaihi wa sallam, in manchen Rewalt heißt es, ila abdanikum. Er schaut euch nicht eure, er blickt nicht auf eure Körper und auf euer Aussehen. In manchen Texten heißt es, auf euer Aussehen und euer Vermögen. Aber, wer von euch hat Riyadu Salih hingelesen? Ganz am Anfang, im ersten Kapitel kommt dieser Hadith vor dort. Das ist aber ein sehr, ich nenne es mal jetzt in der Umgangssprache, ein sehr brutaler Fehler gewesen. Jeder Mensch vergisst manchmal was oder verspricht sich, wenn er ein Hadith zitiert oder ihn aufschreibt. Selbst wenn er manchmal abschreibt, kann es passieren, dass er was auslässt, oder? Das ist ganz normal, das kann passieren. Aber manchmal sind die Fehler dann halt, können Folgen haben, wenn die Leser nicht aufmerksam sind. In dem Buch Riyadu Salihin wird dieser Hadith tatsächlich zitiert, ohne das Wort Taten. Also Allah Ta'ala schaut nicht auf eure Körper und nicht auf euer Vermögen, aber auf eure Herzen. Und das Wort Tat weggelassen. Ich sage mal so, es erzwingt nicht die Akhida des Irja, diese Aussage, denn wenn das Herz gesund ist, wenn das Herz in Form ist, muss es Taten erzeugen. Aber manche könnten das, könnten das als Anlass nehmen, das so zu verstehen. Das ist aber ein Fehler, denn der Hadith bei Muslim, da ist tatsächlich, also wenn du zu Muslim zurückkehrst, das Buch Riyadu Salihin ist ja kein Asl. Das ist einfach nur Sammlung aus Hadithen, die bei Bukhari Muslim sind, in Kutub, As-Sittah im Allgemeinen. Er zitiert sie einfach von dort. Das heißt, man muss die Hadithen dann vergleichen mit den Usul und wenn du das tust, wirst du sehen, dass bei Muslimen tatsächlich das Wort Amal vorkommt. Ich hatte euch ein, in der Daura zu den 40 Hadithen hatte ich euch einen ähnlichen Fehler genannt. Der passiert, das erinnert ihr euch. Bei dem bei dem Wort 40 Tage Nutfa. Das Wort Nutfa wurde nicht erwähnt in den Usul. Also wie gesagt, ein realistischer Iman, realistische Überzeugungen, wenn ich von einer Sache felsenfest überzeugt bin. Ich finde, das kann man auch logisch gar nicht nachvollziehen. Jemand ist felsenfest überzeugt vom von dem Iman an Allah, von der Akhirah, von der Bestrafung, von der Pein im Grab, von der Belohnung in der Akhirah und das bewirkt bei ihm kein Handeln. Ist es möglich, Jani? Wie kann er fest überzeugen? Beispielsweise jemand weiß, er ist eingekerkert in einem Gefängnis und er weiß, morgen steht eine große Strafe vor. Eine gewaltige Strafe steht morgen vor. Und er weiß es, er ist 100% überzeugt. Wenn er nicht gelb anläuft in seinem Kerker, kann ich dann davon, er hat keine Angst, er ist ganz ruhig, er lebt, so als ob das gar nicht passieren wird, kann ich als Jani, der das von außen betrachtet, kann ich davon ausgehen, dass er wirklich 100% überzeugt ist, dass morgen etwas Jani, Gewaltiges ansteht? Ich würde daran zweifeln. Ich würde denken, er hat es nicht mitbekommen. Jemand hat ihm das nicht gesagt, was morgen passieren wird mit ihm. Oder? Und so ist es auch mit dem Iman. Es kann nicht sein, dass jemand voller Überzeugung ist, voll im Iman an Allah und seinen Gesandten und an die Mitteilung Allahs und dann rührt sich bei ihm nichts. Gar nichts. Wir reden nicht davon, dass die Menschen Jani variieren. Der eine tut mehr, der andere weniger. Das ist klar. Und das hat auch seine Ursachen. Das hat auch mit dem Bewusstsein zu tun, mit der Überzeugungsintensivität. Aber da muss ein Minimum da sein. Es kann nicht sein, dass ein Moment komplett alles auslässt.